Hallo meine Freunde und willkommen zu unserer heutigen Show. Ich hoffe, ihr seid schön. Es ist sehr spannend zu sehen. Also meine Methoden als Direktor sind immer meine ... ... meine Reflexion ist Irgel geworden. Ich habe immer meine Studenten. Hast du eine Demonstration davon? Ja, ich gehe zu Jonathan, wenn er nicht actet. Alles klar, macht Spaß. So, sag mal, was du machst, Martin. Ich sehe dazu, dass der Untergrund 3D wird. Wie heißt das nochmal? Professionell? Der Fernpunkt, das Unendlich, hast du nach Schärfe gefragt? Genau, ja, für euch. Ich würde jetzt gerne hier so ein richtig dramatisches, bläuliches Licht, ... dass es so aussieht wie Gute-Nacht-Geschichte. Ja, du musst noch einen Moment bleiben. Ich weiß, dass es schwierig ist, aber du hast starken Arme. Also, auch gerade hier, wo du kannst. ... ... ... ... ... ... ... Hallo und willkommen zu meinem Show. Heute werde ich ein Film, live, auf der Telefon. Das ist okay. Ich sagte dir gleich kurz vorher. Normalerweise sind es die Männer in der Front. Gehen Sie zur Exit-Position, wie wäre es dann auf der ersten Setup? Die Final-Position? Die Beginnungs-Position, sorry. Ich beschreibe es schlecht. Wir sind bereit, zu shooten. Martin? Martin? Everybody ready? Was ist das? Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Also, vielleicht machen wir gute Schritte. Oh, yeah. See you? Good job. Letzter Shot von Symphony in Circles. Wenn der Schatten über ist, geil. Das ist der Schatten der Vergangenheit. Das ist der Schatten der Vergangenheit. Ich möchte nur kurz aufnehmen, dass mir immer ausgelacht wird, dass mein Symbolismus hier in die Extreme gezogen wird. Ihr habt doch dieses Interpretationsseminar, oder? Sie haben ja wirklich das Gefühl, dass wir was in der Schule lernen. Das ist ganz klar der Schatten der Vergangenheit. Die chinesische Sonne scheint immer von unten. Okay. Everybody quiet, please. The camera is rolling. Slate, please. Slate 14, take one, roll one. Okay. Okay. End. Action. Los geht's los. Los geht's los. Los geht's los. Das ist los. Es geht's los. Los geht's los. Ja, mach mal die Slate bei ihr vor das Gesicht, ja, bisschen weiter nach links, anderes links, sorry, rechts, ja, Kamera rolling, Sound? Ja. Okay, Fokus, Slate, okay, dann, scene 14.2, take one, roll one, cut, that was very beautiful, I think that was really good, Marla, no, I didn't see the laugh, I didn't see it. Hat jemand das Lachen gesehen von da? Nein. Nein. Okay, Marla, I would say this was perfect, so we can go home. Ja, das freut mich sehr. Can you guys hug? No, thank you so much. Nothing for your performance tonight.